Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Parteichefs der Großen Koalition haben heute in Berlin über die Nachfolge von Bundespräsident Gauck beraten. Offen ist, ob sich Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzende Gabriel auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen können. Gabriel setzt sich für seinen Parteifreund Steinmeier ein. Dessen mögliche Kandidatur wird aber derzeit offenbar weder von Merkel noch von Seehofer unterstützt. Zu dem Treffen im Kanzleramt, jetzt live aus Berlin, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Nun, die Tatsache, dass Kanzlerin Merkel und Horst Seehofer alleine weiter tagen, zeigt, der Ball liegt jetzt im Feld der Union. Nach unseren Informationen hat SPD-Chef Gabriel klargestellt, dass er an seinem Vorschlag festhalten will. Die Idee, den beliebten Außenminister ins Rennen zu schicken, entfacht ja auch bereits eine enorme Dynamik. Merkel und Seehofer müssen nun überlegen, mit welcher Option sie gegen Steinmeier die besten Chancen hätten. Mit einem Kandidaten, der auch bei anderen Parteien geschätzt würde, vor allem bei den Grünen. Da könnte der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer interessant sein. Oder aber, ob sie auf ein klares konservatives Profil setzen. Da hören wir immer wieder den Namen Wolfgang Schäuble. Das aber würden die Grünen und wohl auch die FDP kaum mitmachen. Der Druck auf die Kanzlerin ist also enorm. Denn eines steht fest, zum Auftakt eines Superwahljahres will die Union eine Kampfabstimmung auf keinen Fall verlieren. Ob also dann zum Letzt doch noch alle sich auf Steinmeier einigen könnten, die Tür bleibt offen. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Auch die Diskussion über eine Wahlrechtsreform hält in der Bundespolitik an. Im ARD-Bericht aus Berlin erneuerte Bundestagspräsident Lammert heute seinen Vorschlag, die Zahl der Abgeordneten zu begrenzen. Denn nach geltendem Wahlrecht könnte sich die Zahl der Mandate nach der nächsten Bundestagswahl noch einmal vergrößern. Von jetzt 630 auf mehr als 700. Die Opposition reagiert skeptisch. Am Bundestag werden neue Büros gebaut. Denn die Zahl der Parlamentarier könnte noch weiter wachsen. Grund ist das Wahlgesetz. Schon jetzt sitzen durch Überhang und Ausgleichsmandate 32 Abgeordnete mehr im Parlament als regulär vorgesehen. Bei der nächsten Wahl könnte sich der Aufbläheffekt verstärken. Durch den Einzug weiterer kleiner Parteien wie AfD und FDP. Eine übermäßige Vergrößerung wollen alle Fraktionen verhindern. Einschnitte muss es geben. Ansonsten erreichen wir dieses Ziel nicht. Aber bei der Frage, wie, sollten wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Bundestagspräsident Lammert will die Größe auf 630 Sitze beschränken. Ausgleichsmandate fielen dadurch teils weg. Das ist umstritten. Die Grünen kritisieren, mit Lammerts Vorschlag werde das Verhältnis der Parteien nicht richtig abgebildet. Eine starre Obergrenze von 630 Abgeordneten zu vereinbaren im Wahlgesetz, würde ohne dass wir was anderes verändern am Wahlgesetz, so eine Unwucht auslösen, dass das Zweitstimmenergebnis nicht mehr 1 zu 1 wiedergegeben ist. Gegenvorschläge gibt es bereits. Die Zeit drängt nur noch knapp ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Im Bericht aus Berlin zeigt sich Lammert erfreut, dass die Diskussion Schwung bekommt. Sein Vorschlag sei nicht die einzig denkbare Lösung. Mit zunehmender Annäherung an den Wahltermin scheint sich die Einsicht durchzusetzen, dass es so, wie es ist, ganz sicher nicht bleiben kann. Auch, weil mehr Abgeordnete mehr Kosten bedeuten. Im Extremfall zusätzlich 70 Millionen Euro pro Jahr. Im Abgasskandal bei Volkswagen ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun auch gegen Aufsichtsratschef Pörsch, wie VW mitteilte. Dabei geht es um den Vorwurf der Marktmanipulation. Es besteht der Verdacht, dass die Konzernspitze Anleger bewusst zu spät über mögliche finanzielle Folgen des Abgasbetrugs informiert hat. Pörsch war damals VW-Finanzvorstand. Mehr dazu nun live aus Hannover von Thorsten Habke. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt bereits seit dem Sommer über den Verdacht, dass Aktionäre zu spät über die Risiken des Dieselskandals informiert worden sein könnten. Zunächst gab es zwei Beschuldigte, den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn und den jetzigen Markenchef der Marke Volkswagen Herbert Dies. Pörsch ist nun der dritte Beschuldigte. Warum er nun in den Kreis der Beschuldigten gerückt ist, dazu war bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig heute nicht zu erfahren. Möglicherweise gibt es neue Erkenntnisse darüber, wann Pörsch überhaupt über die Betrugssoftware informiert worden ist. Volkswagen ließ jedenfalls erklären, man bleibe bei seiner Rechtsauffassung, dass der Konzern richtig gehandelt habe, dass der Kapitalmarkt korrekt informiert worden sei. Das Land Niedersachsen ließ erklären, man warne vor vorschnellen Schlussfolgerungen. Aber es gab eine Rücktrittsforderung gegen Pörsch von dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Jörg Bode, einem FDP-Landespolitiker. Und damit zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg. Im Abgasskandal gibt es außerdem neue Vorwürfe gegen die VW-Tochter Audi. Wie die Bild am Sonntag berichtet, hat die US-Umweltbehörde CARB eine weitere Betrugssoftware entdeckt. Diese erkenne, ob es sich um eine Testsituation handele, und zwar an der Lenkradbewegung. Dann stoße das Auto weniger CO2 aus. Betroffen sind dem Bericht zufolge Audi-Fahrzeuge mit einem bestimmten Automatikgetriebe, von denen es auch viele in Europa gebe. In der Türkei zieht die pro-kurdische Oppositionspartei HDP Konsequenzen aus der Festnahme ihrer Vorsitzenden und weiterer Abgeordneter. Sie kündigte einen weitgehenden Boykott des Parlaments an. So werde die Fraktion vorerst nicht mehr an Plenardebatten und Ausschusssitzungen teilnehmen. Die türkische Regierung wirft der HDP vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Pressekonferenz der HDP in Diyabakö. Der Sprecher der pro-kurdischen Partei kündigt an, deren Abgeordnete würden sich in den nächsten Wochen nicht mehr an der Parlamentsarbeit in Ankara beteiligen. Wir haben beschlossen, in den dunkelsten Zeiten unserer demokratischen Geschichte unsere Arbeit im Parlament vorerst einzustellen. Der HDP-Abgeordnete Siyah Pir war ebenfalls vorübergehend festgenommen worden. Er sagt, die HDP wolle sich in den kommenden Wochen mit der Basistreffnung zu erfahren, was die Wähler von den Abgeordneten erwarteten. Danach entscheidet die Partei, ob sie die Parlamentsarbeit wieder aufnehmen oder ob alle Abgeordneten ihr Mandat aufgeben würden, was Neuwahlen zur Folge hätte. Die HDP stünde dann aus moralischen Gründen nicht mehr zur Wahl. Wenn wir unsere Mandate niederlegen sollten, dann können wir bei der nächsten Wahl nicht nochmal kandidieren, weil wir uns ja zurückziehen, unsere Mandate niederlegen. Das wäre nicht logisch. Unterdessen wirft Staatspräsident Erdogan Europa vor, der PKK Unterschlupf zu bieten, obwohl diese auch dort als Terrororganisation eingestuft sei und hält daran fest, dass die HDP und die PKK eng verbunden seien. Der verlängerte Arm der Terrororganisation PKK reicht nicht nur bis in den Nordirak, er reicht auch bis in unser Parlament. Umstritten ist immer noch, wer den Anschlag vor zwei Tagen in Diyabakir verübt hat. Inzwischen hat die kurdische Terrororganisation TAKT die Verantwortung übernommen. Sie gilt als Splittergruppe der PKK. Zuvor behauptete der sogenannte Islamische Staat, den Anschlag verübt zu haben. Mehrere Wochen nach Beginn der Offensive gegen die IS-Hochburg Mossul im Irak ist eine weitere Operation in Syrien angelaufen. Seit der Nacht rückten Kämpfer auf die inoffizielle Hauptstadt der Terrormiliz Raqqa vor. Das teilte die kurdisch geführte Koalition der syrischen demokratischen Kräfte mit. Sie wird von den USA unterstützt. Die Einwohner Raqqas wurden aufgerufen, die Stadt zu verlassen und sich von Stellungen des IS fernzuhalten. Das Bundesinnenministerium will im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge offenbar direkt nach Afrika zurückschicken. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollen die Menschen so von der lebensgefährlichen Überfahrt abgehalten werden. Schutzsuchende, die mit Booten von Libyen aus in See stechen, sollen allerdings nicht in den Krisenstaat, sondern in andere nordafrikanische Länder gebracht werden. Dort könnten sie einen Asylantrag für Europa stellen. Aus der Opposition kam scharfe Kritik an der Überlegung. Mit einem Festgottesdienst hat am Morgen in Magdeburg die Zusammenkunft des Parlaments der evangelischen Kirche begonnen, die EKD-Synode. Die 120 Mitglieder wollen in den nächsten Tagen unter anderem über die Reform der Kirche und die Zukunft Europas diskutieren. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom warnte vor zunehmendem Rechtspopulismus. So wirst du leben, das ist das Leitwort der Synode in Magdeburg. Von hier aus will das Kirchenparlament ein Zeichen setzen in Zeiten einer nachlassenden Solidarität in Europa und einem Erstarken der politischen Ränder. Es geht uns darum, klarzumachen, wo wir die Zukunft Europas sehen. Nämlich ein bisschen nach dem Motto, es gibt keine Alternative, Europa ist unsere Zukunft. Aber es ist ein Europa auf der Basis der Werte, die wir auch als Christen mit unserer Haltung und mit unserem Verständnis in den vergangenen Jahrhunderten geprägt haben. Auch zunehmender Hass in sozialen Netzwerken und eine immer schärfer geführte politische Debatte beschäftigen die Synodalen. In seinem Bericht forderte der Ratsvorsitzende Bedford Strom so wörtlich, klare Kante gegenüber allen Versuchen, rechtsextreme Rhetorik wieder salonfähig zu machen. Sie gefährde grundlegende gesellschaftliche Werte. Das ist Humanität, das ist auch Empathie und das ist der Schutz der Schwachen. Das ist das, was unser Land so weit gebracht hat. Das ist, warum Menschen auch hierher nach Europa kommen, weil sie unser Land als ein Ort sehen, bei dem solche humanitären Werte eine zentrale Rolle spielen. Diese Grundorientierungen, die dürfen nicht zur Disposition stehen und das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen. Die Beratungen der Synode dauern bis Mittwoch. Am Abend wird die Frage diskutiert, ob Christen Juden missionieren sollen. Einen Beschluss des Kirchenparlaments gibt es dazu bislang nicht. Sie wurden erschossen, verhungerten oder kamen durch Kälte und Seuchen ums Leben. Mehr als drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene wurden während des Zweiten Weltkriegs in deutschen Konzentrationslagern ermordet, auch im damaligen KZ Sachsenhausen nördlich von Berlin. Heute wurde dort eine Sonderausstellung eröffnet. Sie zeigt Fotos von Kriegsgefangenen, aufgenommen von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken. Es sind Fotos von 68 Gesichtern von insgesamt 10.000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die im Sommer und Herbst 1941 von der SS im Konzentrationslager Sachsenhausen erschossen worden sind. Die Bilder wurden von der Gestapo aufgenommen, um sie für Propagandazwecke zu missbrauchen. Als sogenannte slawische Untermenschen tauchten sie unter anderem auf Plakaten auf, um den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu rechtfertigen. Wir wissen ja leider nicht die Namen, aber wir können zumindest die Gesichter zeigen der Menschen, die damals ermordet worden sind. Und das ist letztlich auch für uns so eine Art wie Zeugenschaft, also Testimonie, wie das in Englisch heißt, dass wir zeigen, das war, das ist passiert. Sofort nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begannen Wehrmacht und SS auch mit der systematischen Vernichtung von Kriegsgefangenen. Vor allem kommunistische Funktionäre, Juden, sogenannte Intelligenzler und Kranke wurden aussortiert und erschossen. Etwa 30 Millionen sollen umgebracht werden. Dass dieser Massenmord nach wie vor, wie unser Bundespräsident formuliert hat, im Erinnerungsschatten liegt. Und wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen, alle berlin-brandenburgischen Gedenkstätten, um diese Menschen aus dem Erinnerungsschatten zu heben. Dass die Fotos als Zeugnisse der Verbrechen erhalten geblieben sind, ist einem tschechischen Häftling und Fotografen zu verdanken, ihm gelang es, Kopien der Negative aus Sachsenhausen herauszuschmuggeln. In der Fußball-Bundesliga ist soeben das erste Sonntagsspiel des zehnten Spieltags zu Ende gegangen. Aufsteiger RB Leipzig gewann gegen Mainz mit 3 zu 1. Damit sind die Sachsen weiterhin ungeschlagen und rangieren in der Tabelle punktgleich mit den Bayern auf Platz 2. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Heute Nacht gebietsweise Regen, über 400 Meter zum Teil Schnee, morgen wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, Schneefallgrenze meist bei etwa 400 Metern, Temperaturen 1 bis 8 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017